So im heutigen Video schauen wir uns nochmal die Minkowski Diagramme an. Und heute möchte ich mir anschauen, wie schauen die Achsen von irgendeinem bewegten Bezugssystem aus Sicht dieses weißen Bezugssystems aus. Also sagen wir, wir haben hier, wir sind hier, das ist der ruhende Beobachter. Und dann haben wir irgendeinen bewegten Beobachter, der sich hier mit irgendeiner Geschwindigkeit v, das ist die Geschwindigkeit v, der sich mit dieser Geschwindigkeit nach rechts bewegt. Und dann schaut ihr die Weltlinien von diesen bewegten Beobachtern, sagen wir, das wäre unser Beobachter, wäre dann einfach diese Gerade. Wie sieht jetzt das Koordinatensystem von diesem blauen Beobachter aus, aus Sicht dieses weißen Beobachters, also aus Sicht des weißen Koordinatensystems? Überlegen wir uns mal, wohin zeigt denn diese CT-Achse von diesem blauen Beobachter? Das ist ziemlich einfach und zwar haben wir die eigentlich schon gezeichnet und das ist einfach diese Weltlinie hier. Das ist jetzt, ich nenne es mal die CT-Achse von diesem gestrichenen Beobachter. Warum ist jetzt eigentlich diese Weltlinie hier, aus Sicht des weißen Koordinatensystems, schon mal die CT-Achse von diesem blauen Beobachter? Dazu überlegen wir uns mal, wie sieht denn die Weltlinie von diesem weißen ruhenden Beobachter aus? Das ist ja im Endeffekt einfach eine Gerade, die ja gerade nach oben geht. Und das ist genau die CT-Achse. Das heißt, diese Weltlinie vom blauen Beobachter, das ist die CT-Achse. So, jetzt brauchen wir noch die Richtung von der Ortsachse. Und um die zu bekommen, da gibt es jetzt viele verschiedene Möglichkeiten. Wir schauen uns jetzt mal die Lorenz-Transformationen an. Also die Lorenz-Transformationen, die schauen ja so aus. Und wir schauen uns jetzt im Speziellen diese hier an. Weil überlegen wir uns mal, was gilt denn für die Ortsachse? Im Endeffekt ist die Ortsachse der Zeitpunkt d ist gleich 0. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur überlegen, wo ist d' gleich 0? Naja, und d' ist gleich 0, genau wenn d hier dieses vx dividiert durch c² ist. Weil dann steht ja vx dividiert durch c² minus vx dividiert durch c² und das ist 0. Das heißt, d' ist 0. Das führt dazu, dass d gleich vx dividiert durch c² sein muss. Und wir haben ja jetzt nicht d, sondern cd. Das heißt, wir multiplizieren diese Gleichung noch mal c. Dann steht hier cd ist gleich v dividiert durch c mal x. Und das ist jetzt im Endeffekt eine ganz einfache Geradengleichung. Ihr könnt es auch so anschreiben. cd abhängig von x ist gleich v dividiert durch c mal x. Also das ist eine ganz einfache Gerade, eine lineare Funktion. im Endeffekt. Und dieses v dividiert durch c, das ist im Endeffekt die Steigung unserer Gerade. Also zeigen wir jetzt diese Gerade ein. Die könnte zum Beispiel so ausschauen. Und das ist jetzt, das ist jetzt unsere x-Achse. Also die x-Achse, die Ortsachse, von diesem blauen Beobachter aus Sicht des weißen Koordinatensystems. Und dieser Winkel hier, den nenne ich mal Alpha, der ist jetzt der Tangens, beziehungsweise der Tangens von Alpha, der ist jetzt v dividiert durch c. Und dieser Winkel, der Alpha Winkel, und dieser Winkel, die müssen gleich groß sein. Weil, die Lichtgeschwindigkeit, das hier ist die Lichtgeschwindigkeit, und die muss genau eine Winkelhalbierende zwischen diesen beiden Achsen sein. Beziehungsweise, sie muss genau zwischen den beiden Achsen liegen, und deswegen müssen diese beiden Winkel gleich groß sein. Damit hätten wir diese x-Achse theoretisch auch zeichnen können. Wir haben es jetzt eben mit den Lorentz-Transformationen gemacht. So, jetzt haben wir mal die Richtung von unseren Achsen. Jetzt brauchen wir noch eine Skalierung. Sagen wir mal, dass dieser Abstand, das wäre jetzt mal eine Zeiteinheit. Und dieser Abstand, das wäre jetzt mal eine Längeneinheit auf unserem weißen Koordinatensystem. Wie kommen wir jetzt mit diesen Informationen auf die Achsen-Skalierung im blauen Koordinatensystem? Also im Endeffekt, ist das jetzt eine Längeneinheit, oder das, oder das, das müssen wir jetzt herausfinden. Und das machen wir mit folgender Formel. Und zwar wissen wir, dass cd zum Quadrat minus x zum Quadrat das gleiche sein muss wie cd' zum Quadrat minus x' zum Quadrat. Beziehungsweise das cd zum Quadrat minus x zum Quadrat, das muss für alle Bezugssysteme konstant sein. Warum diese Beziehung gilt, das kann man ziemlich einfach mit den Lorentz-Transformationen beweisen. Und zwar, du startest mit diesem cd' zum Quadrat minus x' zum Quadrat mit diesem hier. Dann setzt du für das d' das Ganze hier ein, für das x' das Ganze. Und dann multiplizierst du hier einfach aus, dann kürzt sich hier einiges weg, dann kürzt sich hier nochmal weg. Und im Endeffekt bleibt genau cd Quadrat minus x Quadrat stehen. Also im Endeffekt genau das, was hier steht. So, aber wie können wir jetzt mit dieser Formel die Achsen-Skalierung finden? Und das machen wir folgendermaßen. Zuerst setzen wir mal dieses cd Quadrat minus x Quadrat. Also als erstes setzen wir dieses cd Quadrat minus x Quadrat gleich minus 1. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was genau machen wir hier eigentlich, wenn wir dieses cd Quadrat minus x Quadrat minus 1 setzen? Du kannst dir diese Formel vorstellen wie einen Abstand. Im Endeffekt, das ist jetzt dieser Abstand hier. Und du kannst dir vorstellen, dass dieser Abstand hier aus Sicht jedes Koordinatensystems gleich lang ist. Und diesen Abstand, den kannst du natürlich frei wählen. Du kannst sagen, dieser Abstand ist aus Sicht jedes Koordinatensystems gleich lang. Oder du könntest sagen, dieser Abstand oder dieser Abstand. Und wir setzen diesen Abstand jetzt einfach mal minus 1. So, und was du jetzt erkennen solltest, ist, dass dieses cd Quadrat minus x Quadrat ist gleich minus 1, dass das im Endeffekt eine Hyperbogleichung ist. Also das ist jetzt y Quadrat minus x Quadrat ist gleich minus 1. Und das beschreibt jetzt eine nach rechts gekrümmte Hyperbogleichung. Die sieht circa so aus. So, und jetzt ist dieser Schnittpunkt hier, dieser Schnittpunkt der x Strichachse und der Hyperbogel, das ist jetzt genau eine Längeneinheit im neuen Koordinatensystem aus Sicht des ruhenden Beobachters. Also das ist jetzt eine Längeneinheit. Das gleiche, also genau das gleiche, können wir jetzt nochmal mit der Zeitachse machen. Diesmal setzen wir dieses Raumzeitintervall gleich 1, also cd Quadrat minus x Quadrat ist gleich 1. Das ist jetzt wieder eine Hyperbogel und die sieht so aus. Die ist jetzt nach oben gekrümmt und dieser Schnittpunkt, das ist jetzt eine Zeiteinheit im neuen Koordinatensystem. Damit haben wir jetzt unsere fertigen Achsen gezeichnet. Also im Endeffekt, das ist jetzt das Achsensystem von diesem blauen Beobachter aus Sicht unseres weißen Beobachters. Und in den nächsten paar Videos schauen wir uns dann noch die Längenkontraktion und die Zeitdilatation an. Und dafür werden wir dann auch diese Achsensysteme hier brauchen. Und dann können wir uns dann noch die Längenkontrolle aussehen.